eine abgebrochene restauration eines fiat 500 c topolino rahmen schon bereits gemacht bremsanlage achsen gelenke motor ist überholt da gibt es eine rechnung von über 5000 franken die karosserie liegt nur auf rahmen auf von unten schon weiß lackiert alle fälze und so weiter der rest der karosserie ist vorbereitet zum lackieren hat natürlich vom lagern die eine oder andere schramme wie zum beispiel hier nehmen grob zusammen gesteckt um zu schauen was alles da ist sag mal zu 98 prozent komplett frontscheibe die hier fehlt ist vorhanden paar teile sind doppelt wie der tank oder die lenksäule und renkrad hinten sind alle kisten mit allen teilen seitenscheiben eine stahlstange ist neu die gummileisten für das trittbrett sind neu ganzen gummimatten die alten liegen noch da und verkleidungen dass man als muster verwenden kann dachgestänge in ordnung reserverad darunter liegen ein paar ausgebesserte stellen schlimmste stelle ist eigentlich die hintere stoßstange da hat er mal einen patsch gehabt rückleuchten und so weiter alles ist vorhanden schlimmen arbeiten erledigt relativ einfache restauration